Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch was Betrag und Gegenzahl sind. Hier haben wir eine Zahlengerade. Dazu merken wir uns folgendes. Jede Zahl kann mit einem Zahlenpfeil dargestellt werden. Der Zahlenpfeil beginnt immer bei der 0 und die Zahl plus 5 zum Beispiel kann ich mit diesem Zahlenpfeil darstellen. Die Zahl minus 5 kann ich mit diesem Zahlenpfeil darstellen. Wir erkennen, beide Pfeile sind gleich lang, dann sagt man sie haben den gleichen Betrag. Denn der absolute Betrag oder wir sagen einfach der Betrag ist die Maßzahl der Länge eines Zahlenpfeils. Maßzahl bedeutet, es ist egal ob Plus oder Minus dort steht, nur die Zahl ist entscheidend. Beide Pfeile sind 5 Einheiten lang. Denn dieser Pfeil hier geht von der 0 bis zur Plus 5. Er hat also eine Pfeillänge von 5 Einheiten. Beziehungsweise der Abstand der Zahl plus 5 von der 0 sind 5 Einheiten. Dann schreibt man folgendes. Diese zwei Striche sind die sogenannten Betragsstriche. Also der Betrag von Plus 5 ist 5. Dieser Pfeil hier geht von der 0 bis zur Minus 5. Auch er hat eine Pfeillänge von 5 Einheiten. Beziehungsweise der Abstand der Zahl Minus 5 von der 0 sind 5 Einheiten. Daher schreiben wir, der Betrag von Minus 5 ist gleich 5. Das heißt, die Zahl Minus 5 ist 5 Einheiten von der 0 entfernt. Die Zahl Plus 5 ist auch 5 Einheiten von der 0 entfernt. Wir haben gerade gesehen, dass die Zahl Plus 5 und die Zahl Minus 5 den gleichen Abstand zur Zahl 0 haben. Sie haben also den gleichen Betrag, nämlich 5, aber unterschiedliche Vorzeichen. Solche Zahlen nennt man Zahl und Gegenzahl. Wir merken uns, zwei Zahlen mit gleichem Betrag, aber unterschiedlichen Vorzeichen heißen Zahl und Gegenzahl. Zum Beispiel ist Plus 5 die Gegenzahl von Minus 5 und umgekehrt. Plus 4 ist die Gegenzahl von Minus 4, Minus 3 ist die Gegenzahl von Plus 3 und so weiter. Jetzt machen wir noch ein paar Beispiele dazu. Machen wir noch Beispiele. Setze richtig ein. Der Betrag von Plus 8, also wie weit ist die Plus 8 von der 0 entfernt? Natürlich 8. Der Betrag von Minus 12, wie weit ist die Minus 12 von der 0 entfernt? Natürlich 12. Jetzt, der Betrag von welcher Zahl ist 57, welcher Zahl ist also 57 Einheiten von der 0 entfernt? Jetzt Obacht, Plus 57 und Minus 57. Der Betrag von welcher Zahl ist gleich 0, also welche Zahl ist von der 0, 0 entfernt? Ist natürlich die Zahl 0 und die hat aber kein Plus und kein Minus. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!